Warum wird Ruffy gegen Blackbeard auf Mary Jo kämpfen und dazu auch noch, warum sollte Smoker ausgerechnet an Ruffys Seite gegen Blackbeard dabei sein für den finalen Endkampf am Ende von One Piece gegen Blackbeard? Das alles und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Also Leute, viel Spaß! Shuzui, One Piece. One Piece, Theorien und mehr. So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und das heutige Video dreht sich um die Sache, dass Ruffy auf Mary Jo auftauchen wird zum einen und dazu, dass Ruffy mit Hilfe von Smoker oder Korbi, ich persönlich gehe eher von Smoker aus, gegen Blackbeard auf Mary Jo kämpfen wird im Beisein von zum Beispiel Imsama, den Gorosei, der CP0 und der ganzen weiteren Weltregierung und der Marine. Warum das passieren wird und warum auch ausgerechnet Mary Jo der Ort sein wird, an dem Ruffy Blackbeard gegenüberstehen wird, um ihn natürlich am Ende der Story besiegen zu können. Das alles besprechen wir in diesem Video, deswegen könnt ihr sehr gerne meinen Kanal supporten, ein Like wäre sehr nett und wäre auch wirklich eine große Unterstützung, ein Abo natürlich auch, dann würdet ihr nichts mehr verpassen und natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren würde mich sehr interessieren. Aber ja Leute, wieso soll es dazu kommen, dass Ruffy auf Mary Jo gegen Blackbeard kämpfen wird und das Ganze liegt vor allem auch daran, dass wir den God-Venny Vorfall hatten von Roger und von Zabek. Die beiden haben sehr wahrscheinlich im Mittelpunkt der Welt gekämpft bzw. an dem Ort gekämpft, wo auch früher die Regierung stationiert war. Das heißt eben, das heutige Mary Jo war wahrscheinlich God-Venny, denn Roger und Garp haben sich zusammengeschlossen, um die Tenryubito und deren Sklaven zu beschützen. Das heißt ja natürlich auch, dass auf God-Venny früher die Tenryubito waren und wenn eben heutzutage die Tenryubitos auf Mary Jo sind, kann man natürlich sagen, dass sie früher sehr wahrscheinlich auf God-Venny waren. Die haben sich eben zusammengeschlossen als Roger und Garp gegen Zabek, gegen die Rocks-Piraten-Wande, natürlich bestehend aus Zabek, Big Mom, Kaido, Shiki, Otsuko und natürlich die ganzen weiteren wie beispielsweise Whitebeard oder Captain Jon oder auch Silver X. Aber ich habe gerade vor allem diese vier Mitglieder erwähnt, denn die sind wirklich sehr auffällig in Verbindung zu den Blackbeard-Piraten. Denn zum Beispiel, wir haben Kaido, Kaido als Bestie mit Hörnern, die ja wirklich sehr über die physische Stärke kommt. Mit welchen Blackbeard-Piraten kann man Kaido vergleichen? Natürlich, Avano Pizarro, auch er hat Hörner. Das gleiche geht zum Beispiel auch mit Big Mom. Big Mom ist die gefährlichste bzw. die stärkste Pirate in der Welt. Und das Gegenstück zu Big Mom haben wir auch bei den Blackbeard-Piraten und zwar mit Katharina Devon als die gefährlichste Gefangene der Welt. Und dazu zum Beispiel auch noch Shiki als einen der stärksten von den Rocks-Piraten sehr wahrscheinlich. Auch ihn können wir mit einem Blackbeard-Piraten vergleichen und zwar mit Shiryu. Denn Shiryu war früher Kommandant der Werte des Impel-Down und Shiki war früher im Impel-Down. Und da wäre es auch sehr gut möglich, dass eben auch damals Shiki durch die Hilfe von Shiryu entkommen ist. Das wäre zum einen nicht unwahrscheinlich, dazu war früher auch Shiki ein Schwertkämpfer. Und die beiden sollten wahrscheinlich auch, zum einen natürlich Shiryu, der zweitstärkste von den Blackbeard-Piraten sein. Und auch damals bei Shiki wäre es sehr gut möglich, dass auch er der zweitstärkste von den Rocks-Piraten war. Und dazu zum Beispiel auch noch Ochoku. Ochoku ist sehr wahrscheinlich an einen echten Piraten angelehnt, der zu seinen Lebzeiten sehr viele Gewehre und Scharfschützengewehre geschmuggelt hat. Passt natürlich auch sehr gut zu Van Ura. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Man könnte noch weitere Rocks-Piraten mit anderen Blackbeard-Piraten verbinden. Aber auf jeden Fall fällt auf, dass die Rocks-Piraten ganz klar heutzutage in den Blackbeard-Piraten wiederbelebt werden. Beziehungsweise die Blackbeard-Piraten sind eben die zweiten Rocks-Piraten. Natürlich auch deswegen, weil Blackbeard sehr wahrscheinlich Roxy Zabek nacheifert. Beispielsweise, weil die Blackbeard-Piraten auf Beehive sind. Oder auch, weil das Schiff von Blackbeard Saber of Zabek, also Sebel des Zabek heißt. Deswegen können wir uns auf jeden Fall sicher sein, dass Blackbeard sozusagen Roxy Zabek 2.0 ist. Die Rolle von Gold Roger würde natürlich Ruffy einnehmen. Das heißt, es sollte auf den ersten Blick ganz klar sein, Ruffy natürlich die Rolle von Roger. Dem würde ich auch persönlich natürlich zustimmen. Aber eine Sache vergessen wirklich alle Leute. Also ich glaube wirklich, 99% von den Leuten, die das Video hier schauen, haben es nicht gewusst. Beziehungsweise, die haben es schon längst vergessen im Laufe der 10, 15 Jahre oder so. Auf jeden Fall, die Sache ist, dass natürlich Meryl Noland, also Noland, der Lügner, früher auf Skype hier war. Wir haben einen Flashback bekommen von Noland, damals auf Jaya. Wo Noland auf dem Teil war, was ja auch später in den Himmel geschossen ist. Was ja auch dem Volk der Shandia gehörte. Und zwar, passt auf Leute. Meryl Noland ist, nachdem er auf Jaya war zum ersten Mal. Also nachdem er sich zum Beispiel mit Kagara angefreundet hat. Danach ist Noland mit seinen Kameraden nicht irgendwo hingefahren. Sondern nach Meryl Jor. Noland war damals auf Meryl Jor. Das wissen, glaube ich, die wenigsten von euch. Und man kann sich auf jeden Fall sicher sein. Aufgrund der vielen Parallelen des Skype-Arcs zum späteren Storyverlauf von One Piece. Dass Noland so an sich vor 400 Jahren den heutigen Ruffy, beziehungsweise den damaligen Roger darstellte. Das heißt sozusagen, dass Ruffy und Roger gewissermaßen Reinkarnationen sind von Noland. Und Noland war wie gesagt auf Meryl Jor. Das Ganze war natürlich vor fast 20 Jahren One Piece. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Oda damals noch nicht das Gerüst von God Valley im Kopf hatte. Deswegen ist es auch ganz gut möglich, dass es schon damals vor 400 Jahren ein Meryl Jor gab. Die Tenerubites aber dennoch auf God Valley gelebt haben. Oder zum Beispiel, es wäre auch gut möglich, dass die Insel, die wir heutzutage als God Valley kennen, vor 400 Jahren zum Beispiel, Meryl Jor hieß. Deswegen wäre das auf jeden Fall so möglich. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Noland war damals auf Meryl Jor. Damit haben wir schon mal die Rolle geklärt von Ruffy und von Blackbeard. Und die Rolle von Garp könnte entweder Corby einnehmen. Denn Corby ist natürlich auch ein Schüler von Garp. Und dazu, er war der erste Freund so an sich, den Ruffy aus seiner Reise getroffen hat. Deswegen kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass Corby nicht unwahrscheinlich die Rolle von Garp einnehmen wird. Wir haben jetzt auch Corby einige Male seit Beginn der Story gesehen. Und bei jedem Auftritt von Corby wurde er sehr viel stärker. Deswegen könnte man schon sagen, dass Corby die Rolle von Garp einnehmen wird. Wäre auf jeden Fall ganz gut möglich. Vor allem auch, weil er ein reiner Haki-Kämpfer zu sein scheint, wie auch natürlich Garp. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Smoker. Bei Smoker wäre es auch sehr gut möglich, dass er die Rolle von Garp einnehmen wird. Denn eine Sache ist auf jeden Fall sehr erkennbar. Denn Smoker ist im Gegensatz zu Corby noch ein richtiger Konkurrent von Ruffy. Natürlich in ein paar Kassad wissen wir, dass Ruffy eigentlich jetzt meilenden Wald über Smoker ist. Aber wir haben gerade Smoker bei Vegapunk. Beziehungsweise er sollte schon wieder von Vegapunk weg sein. Und er sollte ihn wahrscheinlich schon geupgradet haben. Zum einen natürlich sollte Smoker eine neue Waffe haben. Denn seine Jitte wurde von Vergo zerstört. Und dazu natürlich auch, weil Vegapunk mit Teufelsfrüchten experimentiert, kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass Smoker noch sehr viel stärker geworden ist. Und möglicherweise heutzutage auch noch mit Ruffy mithalten könnte. Das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir. Und eigentlich auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und dazu ist auch Smoker vom Typ her sehr ähnlich zu Garp. Denn auch er hinterfragt die Marine. Beziehungsweise er findet die Marine und die Regierung eigentlich schlecht. Aber er hat sich dem Schlechten angeschlossen, um gegen das noch Schlechtere vorzugehen. Und zwar gegen die bösen Piraten. Und deswegen hat er auch eigentlich kein richtig großes Problem gegen Ruffy. Und aus den Gründen denke ich auch mal eher, dass Smoker die Rolle von Garp einnehmen wird. Das würde ich mir zumindest wünschen. Das heißt, ja, den Blackbeard-Piraten als Referenz zu Rocks und den Rocks-Piraten. Dazu eben Ruffy als Referenz zu Nolan und zu Roger. Und Smoker als Referenz zu Garp. Aber wo werden die kämpfen? Denn God Valley scheint ja nicht mehr zu existieren. Und das damalige God Valley scheint ja auch heutzutage Mary Jo zu sein. Denn das heißt, wenn wir eins in eins zusammenzählen, natürlich Ruffy wird gegen Blackbeard mit Smoker an seiner Seite natürlich auf Mary Jo kämpfen. Das wäre auch, wie ich finde, der perfekte Ort für den Kampf von den Stroh-Piraten gegen die Blackbeard-Piraten. Denn für mich persönlich scheint die Insel Beehive von den Blackbeard-Piraten nicht unbedingt für einen Kampf gegen die Stroh-Piraten gemacht worden zu sein. Zumindest vom oberflächlichen Standpunkt aus, den wir auch haben, scheint Beehive jetzt nicht wirklich dafür gemacht worden zu sein, einen finalen Endkampf zum Beispiel von den Stroh-Piraten darzustellen. Deswegen, wie gesagt, könnte ich mir das Ganze mit Mary Jo sehr viel besser vorstellen. Und der Kampf von Ruffy und Smoker gegen Blackbeard würde natürlich zum einen von Imsama beobachtet werden. Und dazu natürlich auch von den Großteil. Und auch beispielsweise von den anderen Leuten, die gerade auf Mary Jo sind. Beispielsweise auch deswegen, weil ja auch Blackbeard die Rolle von Rox einnehmen will. Und somit auch eigentlich die Weltregierung früher oder später angreifen sollte. Das sollte auch wahrscheinlich der Grund dafür sein, weswegen auch Blackbeard gegen Ruffy auf Mary Jo kämpfen wird. Und natürlich, um die Teneriubitus zu beschützen, beziehungsweise um die Sklaven von den Teneriubitus zu beschützen, würde sich Ruffy mit Smoker zusammenschließen. Zum einen deswegen und natürlich auch, um die Welt vor einer Regierung von Blackbeard zu beschützen. Also an sich wäre das genau das gleiche wie auch beim God-Weddy-V-Fall. Aber ja Leute, was sagt ihr dazu? Könntet ihr euch das Ganze vorstellen, dass eben Ruffy mit Smoker gegen Blackbeard kämpfen wird? Und dass eben der finale Endkampf von den Stroh-Piraten auf Mary Jo gegen die Blackbeard-Piraten stattfinden wird? Wenn ja und falls ihr das Video gefallen haben sollte, könnt ihr natürlich sehr gerne ein Like da lassen. Dazu wäre auch ein Abo eine große Hilfe. Und auch eure Meinung in Form eines Kommentars würde mich auf jeden Fall sehr krass interessieren. Aber ja Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann und ciao.